Musik Mitten im Zentrum von Berlin-Neukölln treffen Sie auf die Zahnarztpraxis Dr. Brandmann und Kollegen. Wem erging es nicht schon so? Panik vor der Zahnarztbehandlung. Musik Freundlichst werden Sie empfangen und aufgenommen. Schnell nimmt man Ihnen hier Ihre Ängste. Wir sind ja eine Angstpatientin-spezierte Zahnarztpraxis, sodass wir in der Behandlung immer die Ängste der Patienten probieren, mit einfließen zu lassen. Das funktioniert in dem Sinne, dass ein Patient sich jeder Art sehr viel Zeit für die Patienten nimmt. Da wird nicht sofort behandelt, sondern erstmal über Beratungsgespräche, über Kennenlerngespräche der Patient langsam an die Behandlung herangeführt. Sodass er sich daran gewöhnt an die Praxis, sodass er sich an den Behandler gewöhnt. Das heißt, dass er das Umfeld nicht mehr als eine Zahnarztpraxis oder als ein Ort der Angst wahrnimmt, sondern wirklich als ein Ort des Wohlbefindens, wo man keine Angst haben will. Bei einer patientenfreundlichen Barrierefreiheit in der gesamten Praxis können sich auch Patienten mit jeglichen Behinderungen wohlfühlen. Musik In unserer Zahnarztpraxis sprechen wir sechs Fremdsprachen, sodass wir auch mit den Patienten, die leider dem Deutschen nicht mächtig sind, auch gut klarkommen. Sodass wir, wenn es sein muss, Übersetzer anbieten. Ich selber spreche drei Sprachen fließend, sodass ich auch in dem Sinne eigentlich einen guten Kontakt zu meinen Patienten aufbauen kann. Weil, wie bekannt ist, über die Sprache die Verbindung zwischen Menschen hergestellt wird. Musik Hochmoderne Behandlungsplätze sowie Labor- und Röntgeneinrichtungen ermöglichen eine umfangreiche zahnärztliche Versorgung. Musik Wir haben ein sehr breites Leistungsspektrum. Wir sind eine allgemein zahnbietige Zahnarztpraxis mit acht angestellten Zahnärzten, sodass wir wirklich das gesamte Spektrum der Zahnmedizin abdecken. Von der Endobehandlung über die Laser-Zahnmedizin bis zu Angstpatienten machen wir wirklich von A bis Z alles, was die Zahnmedizin zu bieten. Mein Lieblingsfachgebiet in der Zahnmedizin ist die ästhetische Rekonstruktion von Zahnfehlstellungen bzw. von Zähnen. Was bedeutet, wenn ein Patient zu mir kommt und mir seine Zähnchen zeigt und mir über seine Probleme, einfach seinen Werdegang erzählt und nicht zufrieden ist mit dem Aussehen seiner Zähne, ist das, was ich am liebsten mache, komplett ein neues Lächeln für den Patienten. Musik Angst genommen. Es tat nicht weh. Ich komme wieder. Musik Ich liebe meinen Beruf. Ich komme jeden Tag gerne in die Praxis. Ich empfange jeden Tag liebend gerne neue Patienten und ich freue mich immer wieder, wenn ein Patient mit einem Lächeln die Praxis verlässt und mich weiter empfiehlt. Musik 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 Dr. Brandmann und Ihr Lächeln umarmt die Welt. Musik Musik